ARSCHKRAMPEN ZEIT ARSCHKRAMPEN ZEIT ARSCHKRAMPEN ZEIT Bestimmt, ja. Er wurde ein Dominostein verkantet. Helfen, Kurt? Lass das, Pfoten weg. Ferkel, weißt du, wie man das Glück auf Erden erlangt? Keine Ahnung, Kurt. Aber ich denke, wenn einer die Lösung gefunden hat, dann sicher du. Genau. Mit dem Hammer, zuerst an den Kopf und dann auf den Wurm kloppen. Tja, gegen solche einfachen Rezepte erscheinen die Bibel oder der Koran in der Tat etwas langatmig. Genau, alles gelaber. Glücklich sein, das heißt, nix blicken und nix ficken. Wird ja immer kompakter, dein Religionsansatz, nicht? Kurt, alle Achtung, du. Ebbe im Prägen und im Schlimmer. Auch nicht schlecht formuliert. Nur vielleicht doch noch eine ergänzende Frage zum Prozedere. Ähm, es kostet doch einiges an Überwindung, sich mit dem Hammer zuerst das Gehirn und hernach das Gekröse zu zerdeppern. Was? Ähm, ja, meinst du, der nach Glück strebende Mensch ist dazu in der Lage? Das ist natürlich nix für solche, die keinen Hammer haben. Ja, ja, aber das dürfte ja doch das geringste Problem sein, nicht? Aber, weißt du überhaupt, was ein amtlicher Hammer kostet heutzutage? Nein, weiß ich nicht. Ja. Aber wenn es um so weitreichende Entscheidungen wie das Pulverisieren des Peniden geht, dann dürften ja wohl selbst astronomische Hammerbreite kein Hindernis darstellen, nicht? 249 Mark. Was? Kostet ein amtlicher Hammer. Amtlicher Hammer, amtlicher Hammer. Die Dinger gibt's doch schon für unter 10 Mark. Nur Schrott. Einfacher Billigstahl. Ungekallte Schäfte aus kurzfaseren Hölzern und so weiter. Ach, um deinen schrumpeligen Wurm zu zermanschen, da braucht man doch kein Präzisionsinstrument. Hammer. Ja, was schätzt du, Ferkel? Wie oft man das macht im Leben, seinen Wurm kaputt kloppen? Na, einmal. Wie oft sonst? Eben. Und dazu ist der Beste auf dem Markt befindlich Hammer so wohl gerade gut genug, oder nicht? Ja, also du meinst, man kann also zusammenfassend sagen, Kurt, dein Weg zum Glück scheitert an den außerordentlich hohen Preisen für amtliche Hämmer. Genau. Der kleine Mann ist wie immer der Angeschissene. Die reichen Schweine, ne? Die kloppen sich die Würmer kaputt. Und unter eins bleibt nur der Sof. Prost, Ferkel. Ja, Prost. Kurz ist schon eine traurige Welt, nicht? Ah. 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 Ah.